Hi, hier sind Anja und Eike vom Beachinspector. Und wie findest du das hier, Eike? Ja, weiß nicht, der Playa del Sarinal ist nicht mein Lieblingsstrand auf Ibiza, denke ich. Warum gefällt es dir eigentlich so gut hier? Ja, weil der in San Antonio liegt und jetzt kann ich endlich mal so richtig die Sau rauslassen mit den ganzen Engländern, die hier sind. Ja, haben wir die ganzen Engländern. Also ich muss sagen, wenn ich einen ruhigen, entspannten Strand haben will, dann glaube ich, verschlägt es mich eher in den Norden von Ibiza. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für den Stadtstrand finde ich den eigentlich schon ziemlich cool, weil der ist ziemlich lang. Ich kann ziemlich viel Wassersport machen, habe hier ganz viele Clubs, Cafés und Bars, kann ein bisschen rumschillen, kann super nette Leute kennenlernen und ja, einen guten Tag verbringen. Vielleicht kannst du mich über einen Cocktail überzeugen. Let's go! Von Ostern Mark Robert Lock Tack WT § Tem T Todd